Ja, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau heute am 2.6.2024. Ja, am Anfang ein paar Randnotizen, wobei eine Randnotiz, das ist ein Interview mit Michael Stürzenberger mit dem Dieter Stein, das geht auch über eine halbe Stunde. Da verstehe ich nicht alles, aber jetzt nicht vom Sinn her, sondern von der Lautstärke. Der Michael ist da manchmal sehr, sehr leise, ist echt schwer. Ich habe da lautstärker hochgedreht, aber ist wirklich schwer zu verstehen. Macht nichts und noch zwei, drei andere Sachen. Dann die Predigt vom Jakob. Jetzt auch ein bisschen, wie soll ich denn das jetzt sagen? Ja, ich will nicht sagen abgespaced, das wäre jetzt übertrieben. So, jetzt ein Thema. Ja, naja gut, ich will da gar nicht so viel verraten. Und das auch, es gibt es jetzt nicht als Video oder mit bewegten Bildern vom Jakob, sondern ja, es ließ sich auch nicht runterladen. Das heißt, ich musste mich dann des reinen Audios bedienen. Macht aber nichts, geht ja um den Inhalt. Dann vielleicht bis gleich bei VK. BitChute Odyssey getrailert einmal Rumble, dreimal YouTube. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Kommst. 곳.